Jaa, ne? Komi, komm vom Feld runter, los. Komm vom Kupfer und komm runter. Komm vom Feld runter! Ach so. Wer hat's? Oh nein, das ist eingegangen. Es ist spät am Tag. Spät am Tag, ja. Guck, 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 guck. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Guck dir sich nicht aus. Guck dir sich aus. Guck dir sich aus. Komm wieder. Was? Du hast mich erschossen, das Gedächt. Zweimal gestorben, das gibt's ja nicht. Yay, ich bin bis jetzt einmal gestorben. Das reicht mir aber auch schon. Ich bin nur gestorben. Boah, jetzt geht das nicht auf den Keks, du. Ja, Spinne, du, ich bin auch ein Nerven. Das ist ein ewig neues Etchen. Das Gelett ist halt bei den Kühen, um nicht mehr die Kühe. Noch immer, Bruno? Nein, ist auch nicht okay. Okay. Oh. Dinafotter. Oh. Dinafotter. Süße. Ja. Ach so, Melken hab ich vergessen. Melken. Aber was drauf? Tatsächlich. Hast du jetzt nur vergessen, über Tina zu ernten, oder? Ich wurde ja von dem Skelett unterbrochen. Nee, du hast alle geändert, es war nur ein Anzeige Bug. Ach so, dann war ich doch fertig. Wie immer. Ich sag, wir müssten noch eins, zwei Sarg kaufen. Müssen wir noch Aubergine aufheben? Ich hab schon welche im Kühlschrank geworfen. Was mehr brauchen wir nicht, ne? Ey, renn doch nicht weg. Ah, es ist Sonntag, dann hast du ja jetzt gar nicht auf. Ach ja, zu. Eww, typisch. Ab wieviel Uhr? Wer dann? Ach der komische Casinoboy. Ab Wochenends bis 10 Uhr morgen. 1 bis 10 Uhr. Ja, ich bin 46 Minuten zu spät mal wieder. Genau. Ist zu spät. Und ich? Richtig? Du wirst das kaufen? Nein! Das geht nicht. Nee, 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 nee. Wir brauchen kein Geld. Wir haben ja eine Monsterlootkiste jetzt. Ist doch schon mal etwas. Ja. Wir brauchen noch ein paar Süßkartoffeln weg. Mhm. Ich will nicht, ob ich ihn habe schon gegessen. Popcorn habe ich schon gegessen. Das ist echt schwer. Hier, ich könnte mal ein Brot essen. Dann ein gebackenes Hühnchen. Das kann man ja alles aus Brot machen. Ich könnte einen Walburger machen, aber wir haben kein Walsteak. Du könntest dir Sandwich machen. Brot und Tomate, eine Kurke. Brot und Tomate. Aufs Schneidebrett oder was? Ja. Aufs Schneidebrett. Brot, Tomate, Tomaten-Sendwich. Und ich liebe sie. Sandwich. So. Das wird gefuttert. Und was kann ich als nächstes wieder essen? Boah, immer noch nicht. Das ist schwierig, ne? Ja, das dauert so lange, bis du das mal wieder essen darfst. Dann ess mal von diesen normalen Bären ein paar. Ja, habe ich auch schon gemacht. Aber irgendwie wird das nicht angerechnet. So. So. Sonntag hat ja das Store auch. Äh, Zone Sonntag, ne? Hast du dir schon gesagt. Ja. Stamm, dann kann ich auch nicht einkaufen gehen. Ähm. Mmhm. Nm. Nm. Ärgerlich. Nm. 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 Ärgerlich. So, ein kurkensendwitz. mag ich den boden sind toll mag ich den boden warum kapierst du die nicht einfach nur wohnen gewachsen wenn sie erwachsen sind schmeißen die alles mögliche raus ich habe ein beispiel von zwei bohnen einen rahmen bekommen eine exaktierende krieger na danke fast gestorben ein rahmen eine redstone lampe und ein kloser und staub okay notessen beinahe hat die tiere gemacht nein hast du nicht. Warum? Weil Muku sich streicheln lässt. Kann man immer streicheln. Also nicht jeder kann die mal streicheln. Da ist die Frage, ob du sie melken kannst. Oh ne, würde Hühnchen auf Dach. Ja, das hast du anscheinend gemacht. Was, ob wieder ein Hühnchen auf dem Dach? Wo auf dem Scheiß Dach bist du? Ach du, für das Miststück. Ich dachte, für den Mixer musst du noch mal eine Küchentheke kaufen. Ich hab mich grad in den Mixer gekauft, weil ich überhaupt noch mal eine Küchentheke geholt hab. Das heißt, ich soll noch eine Küchentheke kaufen gehen? Ich hab den Mixer schon geholt. Ach so, du... Weil ich hab grad noch mal einen Herd geholt. Dann brauch ich keinen zu holen, weil du ja schon geholt hast, oder? Ja, genau. Ich muss den Ketchup machen. Mit Tomate und Zwiebel. Oh, hast du ein Rezept hier? Ja, ich hab ein Rezept. Tomate und Zwiebel. Ketchup im Mixer. So, jetzt mach ich mal halt was, was ich eigentlich nicht mache. Was denn? Was trinken. Ich hab Durst. Wir sind schon ziemlich lange am Aufnehmen, glaub ich. Ja, deswegen hab ich ja auch Durst. Im Normalfall mach ich das ja mit, aber... Das ist ein echte Sandwicher. Ich hab Durst. Krösterchen. 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 So, jetzt haben wir zwei Herde. Perfekt. So, Roten Mixer. Das ist aber eine große Küche. Jo. Was noch fehlen würde, wäre eine Spüle hier. So, roten Mixer. Ja. Du hast gesagt... Tomato... Mate und Zwiebel im Mixer gibt Ketchup. Hey, das sieht cool aus. Siehst du, wie sich's dreht. Ja. Ketchup. Noch nicht verzerrt. Aber ich stehe nicht dabei, wie viel es auffüllt. Das ist die Frage. Was kann man mit dem Ketchup weitermachen? Das ist die Frage. Ich meine, die heiße Zeit hat ja noch Rezept, oder? Aber für mich nicht mehr. Nein, das Ketchup Rezept habe ich schon lange. Echt? Das habe ich schon lange. Ach so. Das war glaube ich das erste Rezept. Weil ihr gebraucht habt. Sollen wir wieder schlafen gehen, oder? Äh... Kann ich mal tun. Aber lange machen wir jetzt auch nicht mehr weit. Ne, wir machen noch nicht weit. Oh, es regnet. Immer noch. Mhm. Ich will nächstens noch einen Store mal kurz einkaufen. Ne, so ein paar Overtine hat sich schon mal gehört. So, beerntet. Ähm... Ich will halt da drüben zu der Tour sind mit Rezepte. Das würde ich schon gerne noch machen. Huch... Uuuh... Uuh... Uuh... Klar, das ist jetzt zu früh und... Ja, das ist noch zu früh, glaube ich. So, die sind... Ich habe hier beim Schwert vergessen. Meinschen. Es muss schnell genug sein, dass er mich vor mir explodiert hat. Was ist da überhaupt am Montag offen? Weiß nicht. Von 9.30 Uhr. Müssen wir uns nur hier ein bisschen rumdrücken. Gehen wir mal auf die Terrasse. Wir haben eine Stechmücke hier dran, glaube ich. Stechmücke? Ja, ich hab grad alles angesumpst. Das ist aber doof. Tut es sein. Das ist aber doof. Da stehst du schon. Warum kriegst du ihn erst ab 9.30 Uhr? Ja, das ist doch eine Frage. Ah, es steht auf echt abgefahrene Sachen. Aha. Auf echt abgefahrene Sachen. Auf echt abgefahrene Sachen. So, so. Liara. Oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Genau. Nein. Was konntest du jetzt nochmal schon wieder mal? Ja. Ich find's toll. Ja, das wird so sein. Auf morgen schon wieder kein Rezept. Die Rezepte zu kriegen ist ja auch mal... Schwierig. Du musst auch mit den Leuten Freundschaft schließen, ne? Dann gehst du auch Rezepte. Brauchen wir doch Saat? Ja. Kann sein. Kann sein. Ja. Dienstags gibt es immer was besonderes, meinst du? Ich hab noch ein bisschen rote Beete gekauft. Ja. Ja, was? Tür zu. Quiebe vor der Haustür. Ich seh aber keinen vor der Haustür. Naja, vor der Haustür, wo ich drin bin. Ach so. Ich hab kein, kein Schwert... Oh. Ähm, okay. Der Quiebe hat die Binde abgenommen. Ich behalte sie. Und dann, behalte sie. Ich kann sie verschmücken. Ja. Ja... Ja, ich hab ja schon viele Viertus wieder. Sehr angenehm. Sehr angenehm, ne? Geld verdienen. Ich mein, dass du uns so ein Netzpack gehst. Wäre schön, ne? Wäre schön, ne? Wäre dran. Ist mal das da fertig. Bin ich schon? Aber die Position ist ganz. Wovon sprichst du? Bill. Ach, ein Bill. Äh, nein. Das geht gar nicht. Das darf nur in einer Bill sein. So. Ach, ich hab jetzt auch mal hängen gewusst. Keine Lust mehr. Der Totenkopf ist schön, aber ich hätte lieber ein bisschen mittig gehabt. Aber egal jetzt. Ja, egal. Im Moment ist es jetzt. Egal. So, jetzt gucken wir nochmal. Lass gucken. Passt. Lässt du. Lässt du. Passt. Mal gucken, dass es doch schon so reicht. Ach genau, ich wollte mir ein neues Schwert machen. Mal gucken. Ich habe hier wieder eine Schmerz. Hast du mal schon mal noch? Oh, ich weiß, das war so. Aber in der Stadt ist Dorfmann Schmied. Der Armbruch ist schon kaputt. Der von Stadt... Dorf. Der von Schmied ist hier, ja der ist schon kaputt. Ich hab ihn noch nicht einmal benutzt. Ich hab ihn grad zweimal benutzt, dann war er schon kaputt. Ich hab ihn noch gar nicht. Können wir hier mal einen Armbruch bauen. Aber wir haben jetzt elektrische Öfen. Zwei Stück. Mit Mintmühlchen. Genau, mit Windmühlchen. Windmühlkraft. Irgendjemand soll mal den Turm reparieren, aber ich weiß nicht wie. Ja, das ist das Schwierige, ne? Ja. Ach, das ist einfach unser denkmalgeschützter... ähm... ...Mintmühlen. Naja, ich glaub die Windmühle kommt eher wohl noch mal woanders dahin. Glaube ich. Ich hab nur noch ein Provisor, hab ich mir da angerufen. Wollt grad sein Windmühlen-Schiefturm. 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 Windmühlen-Schiefturm, naja. Okay. Was war jetzt noch? Hm. Ähm, die Zuck... ne zweite Zuckerroof haben. Soll ich die direkt nebendran? Also hier nebendran? Na, wenn du eins runtersetzt? Also dann ist aber... ja... soll ich so... echt eins runtersetzt? Mh, ja. Okay. Wahnsinn. Sand holen. Gleich ne Höhe fänd ich jetzt ein bisschen... Weiß nicht. Also nicht die gleiche Höhe? Oh ne, ich... wie gesagt, ich muss da die Einzeländer machen. Okay. Sand, Wasser... Ich bin nicht absolut okay. Äh! Was war das wie ein Schluckauf? Ja, das war ein Schluckauf. Und Shatsi? Ja? Ja. Es ist jetzt gleich mal Zeit, dass wir... Ah ja, machen. Jawoll. Soll ich noch die Zuckerroof-Farm fertig bauen gerade? Du brauchst länger als... Also ich bräuchte noch einen Tag quasi. Ja, das... wir haben aber schlussengedacht schon nach dem Tag. Ja gut, und dann baue ich das nächste Mal. Ja. Weil der Tag ist schon lang... sehr lang, ne? Da baue ich das nächste Mal. Immerhin wissen wir, dass wir nicht verhungern. Ja, ja. Mehr oder weniger. Alles klar. Dann wünsche ich euch... Einen schönen Tag... Nacht... Oder... ...was auch immer ihr tut. Ich hab die Turmenschworgel geguckt. Äh, schön... schön... Wie, wat? Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag, gute Nacht... Ach, keine Ahnung. Die Turmenschau. Ich kenn' nicht Geuss. Du kennst die Turmenschau nicht? Nein. Echt jetzt? Klar kennst du die Turmenschau. Nein. Stimmt. Ne? Okay. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Okay, dann, äh... Macht's gut. Tschüss. Ich mach das. Ich mach das alles. es zwei